Musik Grüßt euch und herzlich willkommen hier bei eurem Ultimate Ossi und wir sind bei einer wieder weiteren Folge oder nächsten Serie und zwar Pack Opening steht jetzt bevor, FIFA 13 neigt sich dem Ende zu und ich möchte jetzt nochmal in mehreren Teilen meine restlichen Münzen die mittlerweile nur noch 226.000 betragen aber ich habe noch ein bisschen was auf dem Tauschstab und denke, dass ich so 350.000 insgesamt haben werde ich werde pro Folge 10 Packs öffnen und dann mal schauen, was wir mit dem Inhalt machen werden ja, was möchte ich kurz davor noch sagen ich wollte euch noch mitteilen, wie es jetzt weitergeht bis FIFA 14 draußen ist und zwar wird die RTG, die in FIFA 13 gelaufen ist, Erfolgspfad in Italien dann Erfolgspfad in Deutschland wird jetzt einen Schlusspunkt gesetzt, aber die ist jetzt eigentlich zu Ende mit dem, ja, mit dem Bronzeteam aus Deutschland das hat die Ursache, dass ich jetzt einfach noch drei Squad Builder bringen möchte für die Neuzugänge bei der Serie A, BBVA und League 1 müssten das sein und dann kommt auf jeden Fall noch die Pack Openings und dann das aller zwei Tage und ich denke, dann sind wir mittlerweile auch schon am 15. September angelangt und der 15. September ist der Web App Release und da bin ich leider noch nicht da also ich bin vom 13. bis zum 16.9. bin ich in Hamburg nochmal arbeiten komme dann am 16.9. abends wieder zurück und da wird es hoffentlich gleich an dem Abend die erste Folge von FIFA 14 geben mit den Treuepacks, die ich da bekommen habe oder bekommen werde und am 17.9. dann ist er schon wieder das nächste Highlight sozusagen dieses Jahr es ist GTA 5, das wird natürlich gleich am ersten Tag geholt und dann versuche ich natürlich auch am 17.9. die erste Folge schon rauszubringen wenn das nicht funktioniert, dann wird es eben am 18.9. entscheiden ja, wir fangen jetzt einfach mal an suchen uns jetzt unseren Shop raus wir sind in der Web App ich habe gesagt, hier kann man eigentlich auch die Packs öffnen wir haben dieses Mal noch ein relativ gutes Team der Woche mit Podolski, mit Lahm, mit Hemsik und das war schon ein lohnender Punkt wir machen mal das jetzt so ganz schnell auf und sehen, wir haben Isla drinne von Juve, Inan von Galatasaray in Dinga und Gentner, des Weiteren eine Mannschafts-Fitnesskarte die werde ich jetzt alle erstmal, ja, ich denke wir werden die alle erstmal zum Verein packen und dann werden wir das alles verkaufen nach den 10 Packs und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, wie weit wir dann zu unserem Kontostand die Münzen hinzugefügt haben weil zum Verein, genau die tun wir alle erstmal auf den Tauschstapel, die ganzen Verträge und Fitnesskarten weil die sind ja relativ viel wert mittlerweile, wenn mich nicht gar nicht täuscht und dann passt das ja, außer die Stadien, das stoßen wir ab ich hoffe ja, mein Mausklicken wird nicht ganz so gehört auf jeden Fall, zweites Pack Messi drauf bumm, wer kommt überspringen wir natürlich und es ist uh, ein relativ guter Stürmer mit Tempo 90 Russell spielt in, ja, spielt in England in Empower Champ der wird hoffentlich was wert sein das würde mich natürlich freuen des weiteren tun wir die alle jetzt zum Verein das wird ein langwieriger Prozess hier werden, bestimmt aber wir haben ja Zeit und na, Quatsch Quatsch, Quatsch auf den Tauschstapel und da können wir ja weitererzählen was es sonst noch Neues gibt ja, Urlaub war eigentlich relativ gut war es schön warm bin relativ braun geworden bin zufrieden zumindest, sagen wir es so und ja, nachdem ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin sind ja schon zwei Pink Slips wieder hochgeladen worden das können wir weglassen, das können wir weglassen und ja, die bittere Niederlage der zweiten ja, des zweiten Spiels ist immer noch, immer noch da wir haben im dritten Pack Johnson eine weitere Pacehuche Rakitic ja, und des weiteren habe ich gestern ähm, gegen Moe seine Taverne gespielt bei Unbeatable Moe und war ein relativ cooles Spiel war ein ganz schöner Plausch zwischendurch wie es ausgeht, das werdet ihr dann erfahren wenn er sie hochgeladen hat, die Serie vielleicht guckt das euch einfach mal an ich packe mal den Link unten mit in die Beschreibung rein das hier brauchen wir alles nüch auf den Daulstaubel und den Rest stoßen wir ab und kommen auch wieder zum vierten Pack so, ja ich war im Urlaub Gamescom war mich hat ich bin ja leider ich hatte dort leider keinen WLAN also keinen richtigen WLAN Zugang nur mal ab und zu und wen haben wir hier oh, Russell Caleron aus Neapel mittlerweile ist ja gewechselt Barnetta soll ja auch wechseln steht jetzt zu Frankfurt also im Gespräch mit Frankfurt und wieder eine Mannschaftsteamfitnesskarte und ja Gamescom kann ich nicht ganz so viel sagen dazu ich bin überrascht gewesen wie viel mal wieder los war vor allem war ja Donnerstag schon die White Cards verteilt wurden und ich durch andere YouTuber andere Videos erfahren habe dass da schon richtig viel los war und ja was es Neues gab es kommt ein neuer Nintendo 2DS raus vielleicht gut für meinen Bruder der mit seinen sieben Jahren auch unbedingt schon 3DS wollte aber viele Eltern haben ja geklagt ja dass das 3D der 3D Effekt eben schädlich für die Augen sei und jetzt hat er vielleicht die Möglichkeit mal schauen ob er einen bekommt aber das ist ja Nebensache eigentlich bei uns geht es ja nur um FIFA und Thunderfart aber der wird auch nichts mehr weiter wert sein und sonst Amadi ist nicht gewechselt der war schon letztes Jahr der Rausch ist gewechselt der war ja in meinem Squad Builder mit dabei und das hauen wir alles auf den Tauschstapel wir sind jetzt glaube ich schon beim 5. Pack wenn mich egal ist täuscht also noch 5 bei der Hälfte sind wir sozusagen angelangt auf den Tauschstapel hauen wir das alles und Endinga BAM wird natürlich abgestoßen Pack Nummer 6 Los Blasikowski beschere uns was richtig gutes es ist leider Jones und Elabdelaoui also richtig gutes Pack ungefähr nichts dabei was uns beeindrucken könnte oder uns auch Münzen bringen könnte ich denke da ist das wertvollste ist da hier der seltene Vertrag aber na gut was soll's wir hoffen natürlich dass ich für euch Zuschauer für euch Abonnenten was gutes ziehe weil wenn ich was gutes ziehe na klar ich spiele dann auf jeden Fall FIFA 13 nicht mehr und wer noch FIFA 13 dann spielt kann natürlich sich mal erkundigen erkundigen bei mir ob es was zu verlosen gibt aber das werde ich denke ich mal in der letzten Folge noch erzählen auch das siebte Pack ist einfach nur Krütze nur Rotz ziehen wir ja klasse auf jeden Fall freue ich mich richtig auf GTA 5 also das Spiel habe ich schon erwarte ich schon seit mehreren Monaten und bin froh dass es jetzt endlich rauskommt und wir da so richtig durchstarten können habt sogar gehört der Online Modus soll ja ein komplett eigenes Spiel sein das finde ich relativ geil es gibt mehr als 700 Missionen und 700 Missionen sind ja nicht gerade wenig und jetzt haben wir Mikel Arteta im Pack im Pack im Pack und Danilo Diaz sieht relativ gut aus ZOM Brasilianer 84 Tempo natürlich zum Verein werden wir dann alles natürlich versuchen zu verkaufen da wird wir mehrere Folgen noch machen können Martin Joel den brauchen wir nicht unbedingt Mailand Trikot Heim ist auch nicht so die Welt sieht eigentlich jedes Jahr gleich aus immer rot-schwarz so die stoßen wir ab und kommen jetzt zum vorletzten Pack hoffe ich dass es das vorletzte sein wird oder dass ich richtig mitgezählt habe auf jeden Fall gucken wir mal und es ist ja ein richtig gutes Pack also das beste was man ziehen kann Juan hier natürlich 60 Tempo wird natürlich überall Stamm spielen Baumann 77er Torwart soll nicht so schlecht sein aber Matuidi ist ein gar nicht mal so schlechter Spieler mit seinen 78 Tempo dann tun wir das natürlich nicht zum Verein aber warum nicht auf den Tauschstapel auf den Tauschstapel die Heilung warum auch nicht alle Attribute weg Bam dann kommen wir zum letzten Pack und zum ja Schlusspunkt sozusagen der Serie Plupp überspringen das Ganze und jetzt ist natürlich Uh Hasselbank 90 Tempo Stürmer wieder so ein guter Silberspieler Au wie stark ist denn der IV Alter 33 Tempo da kommt ja fast an Mertesacker ran Ha die tun wir alle zum Bein ja das letzte Pack ist gezogen ich kann mich dann nur noch verabschieden und sage Ciao bis zum nächsten Mal bis zur nächsten Folge Squad Building oder Pack Opening das wissen wir nicht unser Münzenstand beträgt 165.343 Münzen und schauen dann einfach mal wie sich in der nächsten Folge das alles entwickelt hat unser Kontostand ich bin raus bis zum nächsten Mal euer Ultimate Ossi Jahr mit